Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Sinn des Lebens. Und heute geht es wieder reich in das Thema rein von Mohammed, Muslim, Islam. Müssen wir Angst haben oder nicht Angst haben? Dazu haben wir bereits zwei Sendungen gemacht, die ganz, ganz viele Vorurteile nachhaltig aufkommen zeigen, dass eigentlich überall der gleiche Nektar drin ist, nur die Gefäße sind anders. Und die Ausrichtung, die Denkweise, die wir Christen immer wieder haben, zu diesen anderen Religionen, doch wirklich sehr, sehr einseitig und fehlgeleitet sind. Heute machen wir eine dritte Sendung, weil ich immer noch viele, viele Fragen habe und einfach noch so wenig verstehe. Und mein Gast ist auch heute wieder da. Und nach dem Intro legen wir los. Und ich hoffe, ich kann Sie auf eine wunderbare Reise mitnehmen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, der Experte, der da unfassbar vieles weiss, Hussein Haibat, ganz herzlich willkommen, lieber Hussein. Schön, wieder hier zu sein. Sehr gerne. Eine Frage, lernt die Jugend in den Ländern des Islam, das von Grund aus schon, von ganz klein auf, das alles so umzusetzen? Weil ich beziehe mich jetzt auf den, nahezu Schwiegersohn, den ich habe, der weiss unfassbar vieles über das Ganze, über den Koran, über die Pflogenheiten, und der Kultur, der Tiefsinnigkeiten und, und, und. Lernt man das von früh auf? Oder hat der sich einfach so damit beschäftigt? Schwierige Frage. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Insofern kann ich das gar nicht authentisch beantworten. Aber was ich vermute, ist, dass es wie überall ist. Die einen beschäftigen sich selber damit und gehen in die Tiefe, und andere lernen vielleicht ein paar oberflächliche Dinge über die Religion, aber interessieren sich nicht weiter dafür. Und das wird in den Gesellschaften, denke ich mal, wie überall auch so sein, dass es eher ein kleinerer Teil ist, der sich wirklich für die Tiefe auch interessiert. Wenn man sich für die Tiefe nicht interessiert, dann lernt man Religion sehr oberflächlich kennen. Man lernt so, was sind die oberflächlichen Grundlagen. Also, wie bete ich vielleicht? Das lernen vielleicht noch sehr viele. Aber warum bete ich? Was steckt dahinter? Was ist in der Tiefe verborgen? Wenn man sich dafür nicht interessiert, dann eröffnen sich die Dinge einem auch dann einfach nicht. Und das ist eigentlich auch okay so, solange es nicht dazu führt, dass man dann eben in eine ideologische Betrachtungsweise der Religion abdriftet. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich immer wieder sehe, dass wenn man eine gewisse Religiosität in sich erfährt und auch hat und leben möchte, aber dann nicht in, zumindest in eine gewisse Tiefe geht, dass dann immer die Gefahr da ist, dass man aus Religion eine Ideologie macht, und dann wird es etwas Exklusivistisches, etwas Ausschließendes, und nicht etwas, das einschliesst, weil man gar nicht verstanden hat, dass man ganz schnell in die Tiefe geht. Aber es ist auch irgendwie verständlich. Da hast du irgendwo eine Berührung, eine Erfahrung gemacht, und meist sofort, morgen muss ich die Sandalen anlegen, und mit dir eine Reinkarnation von Jesus, oder? Das ist halt die Überheblichkeit, eine Erfahrung etwas gespürt zu haben, und meinst du beißt jetzt, der Außerwelt, der Erleuchtete. So schwierig, oder? Ja, das ist so. In der letzten Sendung haben wir geendet, bei den Damen, wir haben über die Rechte der Damen noch gesprochen, und das möchte ich auch noch ins Kopftuch reingehen, und in die Kleidung, wo ja immer wieder ein bisschen abschätzig angeschaut wird. Mein Fastschwiegersohn hat mir gesagt, du sollst die Frau des anderen nicht begehren, und deshalb macht man sich dazu mal entschieden, die Frauen auch ein bisschen einzukleiden, damit man sie jetzt nicht als sexy sieht, und dass diese Begehrung gar nicht kommt. Und da muss ich sagen, hey, boah, das finde ich jetzt aber wieder einen toller Ansatz, wenn man denkt, zu welcher Zeit das alles entstanden ist. Stimmt das, oder ist das eine Sichtweise, die er gelernt hat aus Syrien, oder wie ist das? Ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Thema, denn es gibt die historischen Quellen, woraus es entstanden ist, und in was es sich entwickelt hat. Und da muss man, glaube ich, einfach differenziert stückchenweit auch auf solche Thematiken draufschauen. Wenn wir auf den Koran gucken, dann gibt es zwei Passagen, wie sich Männer und Frauen nach außen hin geben sollen, und da ist zum Beispiel für beide, wird darüber geredet, sie sollen den Blick nach unten richten, was nicht gemeint ist, dass man immer nur nach unten gucken soll, und dann läuft man gegen die Laterne, sondern es ist innerlich gemeint, also im Sinne der Bescheidenheit, im Sinne von, sei kein Prahler, sei bescheiden. Und jetzt gibt es immer wieder die radikale Ausrichtung des Koran, weil die das dann anders sehen, du musst am Boden schauen. Wahrscheinlich. Oder es wird in der gleichen Phrase auch gesagt, tritt nicht laut auf, geht wieder in die gleiche Richtung, wenn man nicht auftritt, also sei keiner der Prahler, sei kein Prahler, sei nicht so ein Egoist, der glaubt, dass alles sich um ihn selbst herumdreht. Was man auch verstehen kann, wenn wir uns einfach mal bewusst werden, wie groß das Universum ist, welche Größe wir darin einnehmen, kann uns bescheiden machen. Nur wenn man diese Perspektive vergisst und glaubt, man ist der bittige Punkt der Welt in seinem beschränkten Sein, um das geht es, nicht wahr? Wenn man dann in die Tiefe guckt, wird man feststellen, dass der Mensch weit über das Universum hinausgeht, was im Menschen so alles ist, aber das sind vielleicht Themen für später. Um auf das Kopfthema zurückzukommen, in dieser Phrase gibt es für Männer und Frauen also dieser Vers fast identisch mit einer einzigen Ausnahme, da wird dann darüber geredet und die Frauen sollen ihre Brüste bedecken. Und wie jetzt dieses Frauen sollen ihre Brüste bedecken interpretiert wird, das ist dann eben so die Frage. Ich war so, die einen interpretieren das als, die Haare so bedecken, dass quasi die Bedeckung auch über die Brüste hinausgeht und für andere heißt es wirklich, Sorge dafür, dass die Frauen vernünftige Kleidung haben. Sie gehen wieder von einer Gesellschaft aus, in der Frauen keinen Wert hatten, in der Frauen häufig auch eben keine vernünftige Kleidung hatten, während Männer sich schöne Kleider geleistet haben, die kein Problem damit hätten, wenn die Frau in Lunden daherkam, wo es dann darum geht. Also es soll eine vernünftige Kleidung sein, auch die Brüste bedecken, dass die Frau da nicht so exponiert ist und auch da, und das hast du schon angesprochen, auf die Art und Weise, wie man auf die Frau schaut. Schau auf die Frau als ein Mann, Entschuldige, schau auf die Frau als ein Mensch und nicht als ein Sexualobjekt. Ich frage also, Mann, schau doch auch auf die Frau als ein Mensch und nicht als ein Sexualobjekt, was in der damaligen Gesellschaft einfach eine Thematik war. In anderen Gesellschaften mag das historisch ganz anders gewesen sein. Denkt man an patriarchalische Gesellschaften, kann ich nicht sagen, aber auch für die damalige patriarchalische Gesellschaft galt das eben so. Und dann gab es noch eine zweite Entwicklung in der damaligen Zeit, denn Byzanz war damals nicht weit und Byzanz war damals die Hochkultur und in Byzanz haben eben Frauen sich bedeckt. Also die adligen Frauen, wissen wir, haben sich bedeckt und es galt auch als ein Zeichen von einer ehrbaren Frau zu sein, dass man entsprechend bedeckt war, ein Kopftuch getragen hat. Wir kennen das Kopftuch ja heute noch in Italien, in Griechenland, aus den römisch geprägten Gebieten hat man das ja auch immer noch teilweise. Und das war damals auch natürlich auch ein Symbol, wo dann Frauen sich hingestellt haben und in den Ländern gesagt haben, ja Moment mal, wir sind ja wohl nicht weniger wert wie das. Dann machen wir das auch. Und so wollen wir gesehen werden. Also es war auch eine Bewegung, die von den Frauen aus ging, zu sagen, wir sind genauso viel wert wie die byzantinische Adlige. Und dann wollen wir uns auch in einer ähnlichen Art und Weise kleiden. Also das hat dann diese sozialen, kulturellen Hintergründe auch. Es war auch eine, also wenn man so will, war es auch eine feministische Bewegung, aus der das entstanden ist. Trotzdem kann man nicht ignorieren, dass es in der heutigen Zeit auch andere Auswirkungen über die Geschichte angenommen hat, dass man hergegangen ist und gesagt hat, wir schließen die Frauen aus der Gesellschaft aus, die haben sich dazu entsprechend zu bedecken. Also diese frauenfeindlichen Interpretationen und Ausprägungen, die jetzt zu ignorieren, wäre glaube ich auch falsch. Zu sagen, das ist islamisch, wäre aber genauso falsch, sondern das sind wieder patriarchalische Strukturen, die sich je nach Gesellschaft wieder durchgesetzt haben, nicht überall auf die gleiche Art und Weise durchgesetzt haben, aber hier und da eben dann wieder auch durchgesetzt haben. Und wo dann auch wieder Frauen hergehen und sagen, ja Moment mal, wir wollen jetzt den Schleier ablegen, wir legen das Kopftuch ab. mit dem gleichen Geisteshaltung, weswegen Frauen in der damaligen Zeit in Arabien den Kopftuch aufgeklärt haben wollten. Also das ist natürlich wieder sehr interessant und wenn man das Ganze so ein bisschen frei und geschichtlich auch betrachtet, kann ich beides verstehen. Also ich kenne beides. Ich kenne Frauen, die sagen, ich lege den Schleier ab als Ausdruck meiner Selbstbestimmtheit, als Ausdruck davon, was der Koran mir an Wert gibt, als Mensch gleichwertig zu sein. Der Koran unterscheidet in diesem Sinne zwischen Mann und Frau nicht. Gerade was die Seele angeht, das Verhältnis zu Gott angeht. Biologisch gibt es natürlich unterschiedliche Unterschiede, aber in dieser Einstellung, in dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch gibt es eben diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau nicht. und da gibt es viele, die sagen, das ist mein Recht, das ist mein Feminismus und es gibt genauso die Frauen, die sagen, ich bedecke mich jetzt, weil ich möchte von euch Männern nicht als Sexualobjekt gesehen werden. Wieder in einem sehr ähnlichen Sinne, wie es damals war. So zwei sehr unterschiedliche Dinge, die aber in sich die gleiche Grundhaltung haben. Insofern sage ich auch immer, wenn wir sagen, wir nehmen dich als Mensch ernst, dann müssen wir auch die Beweggründe der Frauen ernst nehmen. Eine andere Geschichte ist es, wenn Frauen mit Schläge oder Gewalt zu der einen oder anderen Haltung gezwungen werden. Das ist wieder natürlich eine andere Sache. Oder das ist wieder diese individuelle, patriarchatische Ausrichtung von Organisationen. Organisationen, Familienstrukturen und ich will auch gar nicht sagen, dass das die Mehrheit ist. Aber es wäre falsch zu sagen, das komplett zu ignorieren. Also diese Einflüsse, die gibt es immer wieder. Und wenn man in die Nachrichten schaut, also man wird immer wieder auch Beispiele finden, diese negativen Beispiele finden. Wenn man auch mit den Frauen mal redet, die einen Kopftruf tragen, dann wird man sehr häufig auf sehr selbstbewusste Frauen treffen, die das sehr bewusst machen. Und wenn man mit Frauen redet, die den Kopftuch abgesetzt haben, dann wird man genauso auf sehr selbstbewusste Frauen treffen, die das sehr bewusst machen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist in der Türkei großgewachsen und war Lehrerin. Und als Lehrerin hat sie einen Kopftuch tragen wollen und hat einen Kopftuch betragen, zu Zeiten, in denen das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Gebäuden für Lehrer in der Türkei gesetzlich verboten war. Also etwas Gesetzes... Auch überraschend, oder? Ja, das war ein Gesetz aus dem 20. Jahrhundert. Nach der osmanischen Zeit, in den anfänglichen republikanischen Zeit, hat man in der Türkei versucht, den Islam aus der Gesellschaft herauszuprübeln. Das sind wieder geschichtliche Sachen, sollten wir nicht allzu sehr abdriften. Aber da gibt es entsprechende Tendenzen zu sagen, Religion ist Opium fürs Volk. Da hat man dann Marx genauso falsch zitiert, wie Marx heute sehr häufig falsch zitiert wird. Das Zitat geht ja eigentlich anders, nicht wahr? In den Händen der Mächtigen ist Religion Opium fürs Volk. Aber diese Tendenzen gab es damals eben auch in der jungen, modernen Republik Türkei, die mit ihrer Geschichte einen harten Cut haben wollte. Und Lehrerinnen durften keinen Kopftuch tragen. Und sie hat das Kopftuch getragen, wurde dann unehrenhaft aus dem Dienst entlassen. In dem Moment, in dem sie entlassen war, hat sie gesagt, jetzt kann ich das Kopftuch ablegen. Denn für sie war es wichtig, zu sagen, ja Moment mal, ich stehe hier für etwas ein, für gewisse, für Zivilcourage auch ein, mich gegen etwas zu wehren, was als Ungericht empfunden wurde. In dem Moment, wo sie sowieso schon entlassen war, hat sie tatsächlich das Kopftuch abgelegt. Was sie gesagt hat, aber eigentlich sehe ich keinen Grund dafür. In der Gesellschaft, in der ich heute lebe, werde ich nicht als Sexualobjekt angesehen, wenn ich kein Kopftuch trage. Und das sind einfach Entwicklungen, also wenn man auf die individuelle, auf die menschliche Ebene geht, gibt es so viele unterschiedliche Beweggründe. Aber begonnen hat das alles eigentlich mit einer bestimmten Geisteshaltung. Und ich finde es persönlich faszinierend, dass äußerlich zwei Dinge sehr unterschiedlich sein können, aber aus der gleichen Geisteshaltung geboren. Ja, ja, aber jetzt verstehe ich das aber auch. Beide Sichtweise, ob jetzt eine Muslimin mit oder ohne Kopfguck hat, dass ich schon, wo sie steht, in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber wenn ich jetzt noch was denke, 600 Jahre nach Christus, Mohammed hat auch den Koran noch gesehen, zu einer Zeit, wo er gesagt hat, auch die Frauen müssen, die Brüste müssen gedeckt sein, ist ja sehr ehrenhaft gewesen, um letztendlich das Denken gegenüber dieser Dame nicht nur als Sexualprojekt zu sehen. Aber wenn ich jetzt denke, wo wir heute stehen im Christentum, ich habe jetzt gerade wieder in Amerika Bilder gesehen, da laufen die grössten Stars mit Kleidern herum, die nackt sind, oder? Nackt. Also ich meine, wir driften hier wieder völlig ab, in einen Bereich rein, den wir im Mittelalter hatten, oder? Ja, es gibt bestimmte Entwicklungen. Ich will nicht immer, ich will es auch gar nicht verurteilen, aber ich glaube, es kommt sehr darauf an, auf die Dinge zu gucken und zu gucken, wo kommt es eigentlich her und warum macht man etwas? Und sehr häufig sehen wir gerade, wenn du dann Stars erwähnst, es geht heute so viel um Schein, um Gesehenwerden, um Aufmerksamkeit zu erregen und gar nicht mehr so sehr um einen Inhalt, Inhalt als Mensch, auch einen Inhalt zu haben. Und das ist doch eine Entwicklung, die uns als Mensch nicht gerecht wird. Ja, ja, absolut. Es zeigt sich ja nur noch als Objekt und nicht als Mensch. Und ich habe das, immer wieder, wenn ich diese Sachen anschaue, denke ich auch, Gott, Mädel, was machst du da? Wo stehst du? Wieso? Muss das auch noch sein? Oder? Es gibt diesen Satz von das grenzenlose Meer der Barmherzigkeit. Gott ist das grenzenlose Meer der Barmherzigkeit. Und diese grenzenlose Meer der Barmherzigkeit ist in uns. Jesus Worte, das Reich Gottes ist in dir. Das ist das selbe. Auf eine andere Art und Weise ausgedrückt. Also wenn wir uns darüber bewusst werden, was eigentlich der Mensch ist, was im Menschen drin als Potenzial ist, dann versteht man, dass, wenn man immer nur rein auf dieses Äußerliche geht, welches Potenzial, also welcher Möglichkeiten man sich eigentlich selbst beraubt. Und das ist das eigentlich Traurige daran. Also da ist dieses Potenzial in sich zu entdecken, da ist diese Liebe, die man in sich entdecken kann, die man in sich entfalten kann, dass dieser Samenkorn in einem, der zu einem Baum werden kann, der wiederum Früchte trägt, die wieder Samen in sich tragen, die dann wieder zu weiteren Bäumen, also diese, das, was im Menschen drin steckt und wenn dann der Samen aber nicht dazu kommt, aufzublühen, also man stelle sich einen Samen vor von einer wunderschönen Blüte, von einer wunderschönen Blume und sie kommt nie zum Vorschein, weil sie niemals den Nährgrund empfindet, in der sie sich entfalten kann, in der sie keimen kann, dass aus dem Keimen dann eben die Pflanze entstehen kann, die zu ihren Blüten führen kann und uns mit ihrer Schönheit erfreuen kann. Das ist ein verlorenes Potenzial. Und das ist das eigentlich Traurige. Was natürlich Religionsstück hinweg versuchen ist zu sagen, mit einer Morallehre uns quasi dahin zu, ich will nicht sagen dahin zu prügeln, aber das so aufzuzwingen, aber das ist eben etwas, was aus dem Inneren kommen muss. Nur dann kommt diese Blume wirklich zu seiner vollen Blüte und zu seinem vollen Erscheinen. Aber in unserer Gesellschaft, in der alten Weise, wie wir materialisiert worden sind, dass wir nur auf Materie gucken, dass es nur noch darauf ankommt, wie viel Geld hast du, was für ein Auto fährst du. Ich meine, viele kritisieren das, aber wenn wir dann gucken, welche Art von Menschen machen wir uns so ideal, also welche Poster hängen in unseren Häusern, auf wen gucken wir auf. Viele sagen zwar, wie toll dieser bescheidene Mensch ist, aber wirklich aufgucken, gucken wir sehr häufig zu denen auf, die ihre Arme richtig sich einsetzen und sich rechts und links Platz schaffen und sich an die Spitze von etwas stellen, wo man dann sagen, der hat es aber geschafft. Ja, das ist sicher die Masse, glaube ich, gerne. Ich habe jetzt versucht, das zu reflektieren, da habe ich jetzt überhaupt kein Assoziant dazu. Ich habe irgendwie gelernt, alles loszulassen und zu sehen, dass obwohl ich alles habe, habe ich verstanden, dass ich nichts brauche und im Nichts brauchen alles gefunden habe. Ja, und das ist eine Entwicklung, durch die viele Menschen noch zu gehen haben. Das ist nicht so arg verbreitet, wenn man unsere Gesellschaft reingucken, wenn man gucken, welcher Typ von Politiker an die Spitze kommt, dann spiegelt das doch sehr auch wieder, wo wir als Menschheit stehen. Aber da ist dieses Potenzial in uns, das nicht zur Entfaltung kommt und das finde ich manchmal schade, aber da muss man sehr stark auch in sich gucken. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von einem Dervisch, also einem Sufi, der auch einen Schüler hatte und der sehr bescheiden gelebt hat und dieser Sufi hat als Fischer gelebt und der hat dann die Fische aus der See rausgefischt und hat dann immer für sich den Kopf gegessen und den Rest des Fisches hat er den Bedürftigen verteilt. Er hat sehr bescheiden gelebt und hat sehr viel auch immer gegeben und war dann auch von vielen Menschen um ihn herum auch sehr beliebt, weil er eben alles geteilt hat, was er hatte. Aber er hat irgendwie gespürt, in seiner inneren Entwicklung stockt es, er kommt nicht so richtig voran und hat seinen Schüler gebeten, kannst du zu meinem Meister reisen, der in jener Stadt lebt und ihm mal meine Lage erklären und ihn fragen, was ich tun muss, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Der Schüler macht diese lange Reise für seinen älteren Lehrer zum Meister seines Meisters und kommt dann in der Stadt an und fragt sich durch, wo lebt denn der und kommt von den armen Gebieten kommt immer zu den Gebieten der Reiche bis zu den Gebieten kommen und die ganze Paläste stehen und das schönste Palast wird ihm gesagt, da lebt er. Dann geht er das völlig verwundert natürlich, wenn das mit seinem Lehrer vergleich wie der Lehrer seines Lehrers lebt. Dann kommt eintreffen und dann kommt er mit einem riesigen Gorfolgum um bedienst er alles mögliche also wie so ein Prinz kommt er herangeritten und der Schüler denkt sich also nein den soll ich fragen wie mein Lehrer der so bescheiden lebt in seinem Ding vorankommt also er traut sich das fast nicht aber er hat auch diese Verpflichtung von seinem Lehrer auf sich genommen und also voller Widerwillen kommt dann der Lehrer und sagt wie schön dich kennenzulernen und alles wenn der Meister reinkommt und sagt er zu ihm also ich soll sie etwas von dem Lehrer fragen das bin nicht gekommen warum stockt es bei ihm und dann sagt der Lehrer zu ihm er muss lernen los zu lassen ja ja der Schüler sagt was eine unverschämte Antwort reißt auch wieder zurück und traut sich gar nicht als er zurück ist seinem Lehrer zu sagen was die Antwort ist und er sagt sag doch nur was hat mein Meister gesagt also Meister ich traue es mich nicht und es ist so beschämend aber er sagt du sollst lernen loszulassen und dann sagt jetzt verstehe ich wie recht er hat jedes Mal wünsche ich mir der Fisch wäre ganz während er der in das ist ein sehr schönes Beispiel für das Beispiel das du vorhin auch über dich gesagt hast frei zu sein und es geht nicht darum ob man das hat oder nicht hat sondern darum ob man davon abhängig ist oder nicht aber das ist eine Bewusstseinsstufe zu der muss man sich als Mensch erst einmal entwickeln und meistens sind es doch Erfahrungen die man im Leben gemacht hat wo man auf die Schnauze gefallen auf schmerzliche Erfahrungen die einen dahin gebracht haben also wenn du schon eine Geschichte erzählst erzähle ich dir auch eine alte zehn Geschichte wo einer zu einem Seemmeister ging am See und ihn gefragt hat wie er Erleuchtung finden könnte und dann sagt er ja gut also ich gehe durch den Wald und höre mir dass die pfeifenden Vögel angeht zum See runter holt mir ein bisschen Wasser gehe wieder durch den Wald durch und fühle den Boden den Duft und alles komme dann ins Büro und dann koche ich und recht aber wie finde ich Erleuchtung ich gehe durch den Wald runter in den See das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte denn der Weg ist ja eigentlich das Ziel um das einfach zu machen und wahrzunehmen das fand ich sehr bedeutsam lasst uns bitte noch 2-3-4 Minuten über das Thema reden dass sehr viele Christen auch Angst haben über die Islamisierung der Welt das heißt Kreuzzuge die Moslems erobern jetzt uns sind da Bestrebungen da oder ist es einfach wirklich nur das Verständnis das wächst was eigentlich wirklich im Koran entsteht nämlich Koran heisst sich hingeben in Frieden dass sich aus dessen heraus etwas bildet ja das sind Ängste die da entstehen zunächst auch zu wissen dass der Islam an sich eine sehr nicht missionarische Religion ist die ersten Muslime hatten überhaupt Probleme als die ersten Nicht-Araber sich zum Islam bekennen wollten und wussten nicht wie sie mit der Situation umgehen sollen weil es auch wenn der Prophet das niemals auf die Araber bezogen hat die frühen Muslime aber dieses Verständnis hatten von es ist eine Religion für die Araber dann sind sie hergegangen und haben gesagt naja jetzt adoptieren was ich meine einem der arabischen Stämme und nachdem du dann Araber geworden bist sozusagen kannst du Muslim werden das hat man dann natürlich später aufgegeben weil das auch im Koran sich in keinster Weise wieder 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 findet aber es war das Verständnis der Menschen damals also es war überhaupt nicht das Verständnis da dass man gesagt hat wir wollen jetzt den Islam verbreiten wir wollen möglichst viele Muslime haben es hat sich eigentlich damals dadurch verbreitet dass der Islam eine relativ einfache Grundlehre hat und viele Menschen die sich in ihrer eigenen Religion nicht mehr so wohl gefühlt haben oder sie nicht verstanden haben im Islam etwas gesehen haben das bestimmte Dinge relativ einfach erklärt in seiner Tiefe wird zwar wieder komplexer aber zu sagen hier du und Gott nicht war in direkten Beziehung zueinander Priester brauchst du nicht und so das ist erstmal sehr attraktiv gewesen für viele Menschen die sich insbesondere Menschen die damals die christliche Geschichte zum Beispiel im christlichen Bereich zumindest mal angucken oder in die katholische Kirche gesagt hat das hast du zu glauben und alle die nicht genau das glauben wurden bekämpft also wenn man sich die frühchristliche Geschichte anguckt sieht man wie viele verschiedene Richtungen es gab und wie sich dann eine da eben durchgesetzt hat auch militärisch durchgesetzt hat und da versteht man auch gleich die Kreuzzüge weil man verliert ja letztendlich die Macht wenn alle direkt mit Gott verbunden sein sollten ja und dann gibt es natürlich auch die islamisierung zum Beispiel die islamisierten Türken aber ganz anders viele der türkischen gesellschaften damals also es sind ja es ja nicht ein volk sondern es gab viele türkischsprachige völker die sehr schamanistisch orientiert waren also sehr Naturreligion praktiziert haben und viele dieser Schamanen viele dieser Türken damals als sie vom Islam gehört haben mit Muslimen in Kontakt gekommen sind haben vieles wiedererkannt aber in einer entwickelteren Form von dem was sie vorher schon glaubten und haben dann das quasi übernommen und da gibt es dann auch verschiedene Mischformen also in bestimmten türkisch-islamischen Gruppierungen wie den Aleviten sieht man also den anatolischen Aleviten sieht man zum Beispiel bestimmte schamanische Elemente immer noch die vorhanden sind und das war dann wieder eine ganz andere Entwicklung wie Begründungen oder eine Motivation sich dem anzunähern wie das zum Beispiel für bestimmte christliche Gruppierungen damals war zum Beispiel im sehr schöne Geschichte wie der dritte Kalif also der dritte Nachfolger des Propheten als Herrscher oder Regierender nicht als religiöses Oberorten als Regierender der Gemeinschaft nach der Eroberung Damaskus nach Damaskus gekommen ist um den Schlüssel zu übernehmen für die Stadt und er hatte nur einen Esel dann hatte er einen Gehilften einen Diener der ihm geholfen hat da er nur einen Esel hatte haben sie sich auf diesem einen Esel dann immer wieder abgewechselt wer drauf reitet und dann kam er in die Stadt an und zu dem Zeitpunkt war gerade der Diener dran und die haben sich fast schon gewohnt dass da so einfach daherkommt und wollten ihm den Schlüssel überreichen und hat ihm gesagt nein bin ich ich das ist der da zu Fuß geht und dann hat Oma den Schlüssel entgegen genommen und hat gefragt wo er beten kann dann haben sie ihm gesagt in unserer Kirche kannst du gerne beten in unserer großen Kirche kannst du gerne beten hat er gesagt nein das will ich nicht ich will nicht in eurer Hauptkirche beten seine Begründung war aber nicht weil es eine Kirche ist seine Begründung war ich will nicht das nachkommende zeigt mir einfach einen bescheidenen Raum wo ich beten kann das war sein Gedanken also das zeigt so ein Stückchen weit wie diese Menschen damals eine Religion gesehen haben und das hat den Islam sehr tief geprägt also auch in seiner Ausweitung seiner geografischen Ausweitung haben Muslime eigentlich zum größten Teil also Ausnahmen hat es in der Geschichte immer gegeben aber zum größten Teil haben sie in den eroberten gebeten die aus politischen Gründen erobert wurden nicht aus religiösen aus politischen Gründen erobert wurden wurde die Bevölkerung in den seltensten Fällen dazu gezwungen in den Islam überzutreten die Regierenden hatten auch überhaupt kein Interesse daran weil sich über die Geschichte hat sich dann entwickelt dass man gesagt hat jeder kann seine Religion behalten aber Andersgläubige müssen eine bestimmte Steuer errichten Muslime brauchen diese Steuer nicht zu errichten dafür müssen sie in den Kriegsdienst eintreten wenn Bedarf ist das mussten dann wiederum die Christen also oder Andersgläubige auch die Juden oder Hindus etc. in den jeweiligen Gebieten dafür müssen sie das dann nicht also die einen müssen Steuern zahlen die anderen müssen eventuell in den Kriegsdienst treten hat mit dem Islam in diesem Sinne nichts zu tun das sind einfach politische Strukturen die sich entwickelt Auswirkungen hatte und nicht zu allen Zeiten hat man entsprechend viele Soldaten gebraucht also daher ist glaube ich diese Angst vor dem Islam ich meine ich weiß dass es Menschen gibt die zum Islam übertreten aus dem Christentum ich habe auch schon kennengelernt die aus dem Islam ausgetreten und in Christentum eingetreten sind auch dafür brauche ich keine Angst haben ich glaube was heute viel wichtiger ist ist dass wir uns auf bestimmte ethische moralische grundsätze einigen und damit meine ich jetzt nicht so eine aufgezwungene moral von du sollst und du sollst nicht und so weiter aber dass man bestimmte Werte in sich entwickelt aber auch lernt es gegenseitig auch wert zu schätzen also wenn jemand jemand mit Not hilft dann sollten wir nicht von gut Menschen reden und das abschätze ich meinen sondern sollten wir uns freuen dass es Menschen gibt die füreinander sorgen und manchmal macht mir das sorgen dass in der Politik manchmal von den Menschen geredet wird als wäre das etwas schlimmes insbesondere zum Beispiel in Debatten Asyl politischen aber das ist doch etwas sehr schönes dass es Menschen gibt die sagen ich möchte teilen zum Beispiel der Krieg in der Ukraine los ging ich kenne so viele Menschen die in ihrer Freizeit sind sie mit den Autos gefahren an die Grenze um ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland zu fahren also solche Selbstlosigkeit muss man schätzen und das sind glaube ich Dinge die alle Religionen miteinander gemeinsam haben und auch als Institution also ich rede jetzt von den institutionellen Religionen nicht von den Mystikern in den Religionen aber institutionelle Religionen haben doch auch da schon so viele Gemeinsamkeiten wo sie sich eigentlich Menschen und da kommt man natürlich sehr schnell auch in Richtung der Mystik hinein das dann nochmal viel tiefer geht und wie diese Unterschiede sich sehr schnell auflösen aber darüber reden wir vielleicht in der nächsten Sendung wahrscheinlich wir lassen uns inspirieren gehen ohne Drehbuch ins Thema rein die Sendezeit ist wirklich durch Hussein Harbat ganz herzlichen Dank für dieses sehr wertvolle gut fühlende Gespräch wo man immer wieder auch lachen dürfen und sehen dass wir in gewissen Dingen überhaupt nicht unterschiedlich sind sondern dass wir alle vom gleichen Nektar trinken und letztendlich auch die gleiche Weisheit haben aber es sind immer wieder die die das tun ist halt immer wieder das andere das Wissen ist das eine tun ist das andere und ich glaube die Christentum hat sehr viele Fehler gemacht nach wie vor sehr viele Fehler macht das auch ein bisschen mehr lebt aber dass das Verschiebungen gibt natürlich zu Lasten vom Christentum ist meiner Artens völlig normal und wenn ich nur erinnere dass die Frauen irgendwo im 19. Jahrhundert überhaupt eine Seele gekriegt haben dann frage ich mich wie soll wir das Thema liebe Zuschauerinnen das war's ich werde am Ball bleiben ich werde noch weitere Szenen machen mit meinem Gast weil es einfach gut tut und es wichtig ist dass wir hier eine Brücke bauen zu verschiedenen Religionen und keine Angst haben sondern es einfach tolerieren Toleranz zeigen wertschätzen und auch wissen dass hinter der einen oder anderen Kultur wie auch das Tuch der Frau über den Kopf eine sehr tiefe Bedeutung hat in diesem Sinne alles Gute bis ein anderes Mal und auf wieder leuge Mitte Land